Es geht ab. Wie ihr sehen könnt und auch ein bisschen hören könnt, wir sind ein bisschen kaputt. Wir waren gestern Nacht noch sehr lange wach, haben gezockt, haben ein bisschen Scheiße gebaut einfach. Aber sei es drum, heute haben wir einen neuen Vlog für euch. Wir sind gerade beim Friseur, ihr könnt sehen. Unsere Seiten sind lang, es ist wieder Zeit für einen Cut. Danach bin ich wieder Top 5 in Germany. Auf jeden Fall heute ein Cut und wir gehen dann nach Frankfurt, drehen einen Vlog für euch und nehmen euch einfach mit. Momma ist jetzt da, also wir gucken jetzt, wie der gerade aussieht. Also ich werde nicht enttäuscht und so, aber wir gucken jetzt auf den Reaktionen, ob es gut ist oder schlecht ist. Okay, okay, das sieht gut aus und so. Komm, 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 gib mir ein 360. Was sagst du? Komm, komm, komm. Ja, gut. Wie kann ich erklären? Was magst du? Ja, alles, was ich mag. Natürlich magst du alles, Rob. Also ich finde seinen Cut hinten nicht schlecht. Ist da eine Reaktion, warum du das gemacht hast? Ja, weil ich meine Haare habe, ich muss es von der Seite kümmern. Nein, nein, warum hast du den Lions gemacht? Lions? Design, ich mag es. Ja, okay, ich leite den Design. Okay. Ich fühle mich gerade hinten. Not bad und so. Ernst, ein Herrlein, sieht ihr das? Ein Herrlein ist wichtig, Jungs. Ich sag euch. Herrlein ist sehr wichtig, rettet einen. Sagt euch. Und hier, warte kurz, wir machen kurze Werbung. Und hier. T.M. Ich weiß nicht, T.M. Hier. Hier wird nie enttäuscht. Nie? Sag mal, hier wird nie enttäuscht. Ich bin jetzt, wir müssen zacken, wir machen. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin dann, lieber mal wieder. Ich bin jetzt hier. Dann kommst du zum Wasser Wein. Tschüss, ich bin jetzt hier. Ich bin dann, lieber mal wieder. Ich bin jetzt hier. Was ist es? Ich bin jetzt hier. Es wäre wieder jetzt. 1-3-6-series 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 Emerabyte Sieht gut aus Aber we check den F turning Playoff Okay, besser war beim Mannheim. In Deutschland von mir ist es besser. Herrlich, bitte. Und meine Katas. No cap. Spaß, Spaß, Spaß. Aber guck, es gibt Leute, die mit Haarline sind gut und ohne Haarline sind gut. Und ich bin die einzige Nigger, die ohne Haarline sieht gut aus. No cap. Facts. Die Haarline stehen und nicht stehen. Es gibt manche, die sind mit Haarline gut und sind mit ohne gut. Also nicht. Ray look good with Haarline? Guck, 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 er hat einen Lug. Ray look good with Haarline oder? Ray? Ray, Haarline ist gut. Mit Haarline, aber mit mir, nein. Alle Haarline, ich mache meine curly Haare bis hier. If I'm mad, I'm taking your bitch, nigger. You know what you gonna take? With Haarline, what you gonna take? With Haarline, I'm not gonna take anything. I'm gonna take food only. No food only. No food. Wir sind jetzt in Frankfurt. Also wir wissen nicht ob die Messe da oder da ist. Also wir, wir Jungs sagen es da. Wir Jungs? Nein. Also die können ich sagen dort. Und Sama sagt dort. Wir sagen dort und Leben auch dort. Aber wir glauben es da. Aber wir gucken auf jeden Fall, wir sind da. Gutes Wetter. Ich glaub's voll. Mal gucken. Das ist die einzige Sache. Das ist die einzige Sache. Das ist die einzige Sache. Die Messe. Die Messe. Die Messe haben immer einen Halt. Für keine Grund. Show dem deinen Karten. Show dem deinen Karten. Show dem. Cut, brühe. Das ist das. Ich zeige euch. Hier ist das. Zack zack. Und dann kommt hier. Z. Z. Und dann kommt hier einmal die Autobahn. Und dann geht runter auf einmal. Nein, nein, nein. Turn, 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 turn. Hier Autobahn. Da Unfall. Autos machen so. Ich mache so. Das ist nicht Unfall. Oh Gott. Oh Gott nicht lösen. Der Nigger hat keine... Where is your haircut? It looks good. It looks good. It looks good. Momo, it looks good. Okay. I know it's not good. Das Nigger is trying to me. Ich geh so. Ich geh. Der erste ist wieder. Ich geh. Okay. Bruder, komm. Ich sag, Bruder, komm. Ey, egal, lass fahren, komm. Ah nein, das ist ein Steck. Lass fahren, Walla. Ey, das ist Steck. Kommst du mit? Ey, alles hier. Walla, TRB, Walla. Walla, TRB, Walla. Walla, TRB, Walla. Doch, ehrlich. Nigger, Deutsch gehört gestern TRB's Game for America, nigger. Shoot, respectful brothers. Nigger, wir verhandeln. What the fuck? Nigger, tschuld, bully brothers. Wir haben keine Angst. Wer? Angst vor was? Gott. Ray's dead is dead. He will be the first one who will try. Oh Gott. Walla, da weiß ich wie viel Axt ich hab. Nein, lass ihn, lass ihn. Nein, komm mit, Walla. Lass ihn hier. Er zieht mich. Er zieht mich. Ich bin green. Oh mein Gott. Ich hab Angst, ich bin ehrlich. Wir fahren jetzt gleich das. Angst vor was? Ich bin der große Bruder von uns. Also? Ich hab keine Angst. Ich hab bisschen Angst. Ich hab keine Angst. Nur Gott. Und Polizei. Und Hunde. Und Hunde. Und Hunde. Und Hunde. Ach, ist das schön. Ich mach einfach erste Runde direkt. Ohne zwei. Ich mein's ernst. Ohne zwei. Ohne zwei. Ja. Die Schmincke sitzt noch so einigermaßen. Ohne zwei. Dann können wir los. Ja, können wir. Dann machen wir's mal. Ohne zwei. Okay. Die Schmincke ist einfach nicht. Und wenn du die Schmincke bist. Wenn du das gesehen hast. Wie eine Aktion. Ja. Aber die Schmincke ist die Schmincke. Und wie in der Schmincke ist. Wir sind dann nicht die Schmincke. Das ist die Schmincke. So. Wir zeigen euch die besten Chaos-Clincke. 40. Meneer. Weg zu Meista sind wir wieder. Frisur sitzt. Das war cool. 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 Guck mal. Sie hat sich gekratzt. Sie hat sich einfach gekratzt. Walla hat hier einfach gezickt. Ich will nicht sterben. Ey, sie drückt richtig fest Walla. Ey, dieser Mann. Wenn du mit dem Kopf runter gehst... Ey, du musst einmal da rum. Wow. Glaub mir. Direkt fest. Die denken wir können kein Deutsch. Ich zeige nicht warum. Die kommen einfach, die reden mit uns Englisch. Das mache ich gar nicht. Welche? Was ist denn der Gebiet? Was ist denn der Gebiet? Da kann Deutsch nicht Spaß. Ja, ja, ich liebe Tobi. Alle im Video. Tobi! Ja, Tobi! 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 Osama! Nein! 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 Nein, nein! Wo gehst du? Ouh! Ohhhhh! Und da, ja! Ja! Ohhhh! Das mache ich richtig. Ohhhh! Ohhhhhhh! Ohhhhhhh! Oh la, oh la! Oh la! END! 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 Wolle drüben, weiter. Wenn ich nicht vier schaffe... Hier, wenn ich es nicht schaffe... Ich weiß nicht, ich dachte... Was, Rekord? Ich weiß nicht. Betrug, Betrug und Kraft! Klapp! 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 Ich will... Ich will... Heeeey! Komm her! Wollachsum! Wollachsum! Du wollachst! Ich weiß es wie es! Ich gebe dir eine Frau, ich gebe ihr eine Rose. Na, bruh. Nimm doch eine. Nimm doch ein. Ey. Egal, nix davon. Cheers. Walla, kripp. Walla, kripp. Walla, kripp. Walla, kripp. Walla, kripp. Walla. Gibt es einen? Ich kann einfach anders. Walla, Rose. Warte, geht es da drin. Geht es nicht kaputt? Ey, der liegt auch noch. Der ist aus dem Hof. Was? Ey, ist auf Video. Ey, ey. Bin ich gerade im Video? Macht ihr auf YouTube oder so? Wie heißt ihr auf YouTube? Oh nein. Ah ja, komm mal reiten. Alle Positionschaft zu. Ich bin jemanden im Video. Ich bin jemanden im Video. Ich finde vielleicht das größte Support für Siddiqui, aber ich supporte eigentlich nie. Ich schaufe euch mal, ich schaufe euch mal. Ich schaufe euch mal. Ich schaufe euch mal. Das ist ein Schuss! Schuss! Ich bin der Schuss! Ich bin der Schuss! Das ist ein Schuss! Fuck you, Tobi! Tobi, you are nutter! Tobi, fuck you! Tobi, you are dumb! Tobi, you are dumb! Tobi, you are dumb! Tobi, you are dumb! Come on, come on! Come on! Come on! Come on! Come on, come on! Come on! Come on! Yeah, the vlog is over. The event was actually pretty good, but we were still a bit away from yesterday. Aber wir checken es wahrscheinlich nächste Woche nochmal ab für euch, wenn die Messer noch auf ist. Aber wir müssen jetzt schnell nach Hause, weil morgen ist mein Spiel. Da werdet ihr auch noch ein paar Clips sehen. Hoffentlich ein paar gute Clips, man muss gucken, wie ich spiele. Und ja, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Lass ein Like da, ein Kommentar, ein Follow. Gang. Bis zum nächsten Mal.